Hallo, mein Name ist Tim Vöge von der Firma PSG Dynamics und wir stellen heute den neuen PSG Zenith 800 vor. Ein paar kleine Änderungen haben wir. Wir haben einmal eine neue Haube. Die Haube ist laminiert beim Helicenter Berlin, lackiert von Kevin Eickham. Die Haube ist die gleiche zu dem 700er, hat die gleiche Form, andere Lackierung. Wir haben drei verschiedene Varianten davon. Einmal, wie hier zu sehen, das Neongelbe. Das gleiche haben wir noch in einem Candy Rot und einem Candy Grün. Wir haben unter der Haube auch zwei, drei kleine Änderungen zum 700er. Wir haben einmal, um den Motoreinbau bei großen Motoren zu erleichtern, haben wir an der Seite Aluplatten, damit wir den Motor nicht mehr innen verschrauben müssen. Das übernehmen die Aluplatten nun. Wir haben natürlich, im Gegensatz zum 700er, ein längeres Heckrohr, längeren Stahantrieb, längere Anlängsstange, die jetzt zweimal geführt ist, nicht wie im 700er einmal geführt, und eine Bodenplatte, um bei härteren Landungen das Gewicht besser aufnehmen zu können. Verfügbar ist das Ganze im Laufe des Jahres und der Preis wird ca. 100 Euro teurer wie die 700er Variante. Soweit war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Jahr. Tschüss! Tschüss! Tschüss!